Leute, war's gut und heute spielen wir Überlebe den Killer und ich würde sagen, ich starte... Okay, ich habe das lange nicht mehr gespielt. Ich verstecke mich in meinem Schrank. Das ist so ein Versteckenspiel, ich kenne das. Es ist ein bisschen buggy, denn ihr seht mich hier, ja jetzt unten, ja nur. Normalerweise ist es ein neuer Spieler. Okay, was ist das? Ich dachte, er ist gerade wieder tot geworden. Hey Bro, versteckst du dich auch hier? Ich verstecke mich jetzt einfach mal in den Schrank. Ich werde diese Runde überleben. Oh nein, er ist gerade wieder tot geworden. Oh nein, der Killer ist näher. Näher. Der Lucky Boy Bucke oder wie du heißt, ich habe keine Ahnung. Sorry, weil ich den Namen falsch hast. Was tut? Ich muss wirklich sein, der Killer. Mini, was tut du da? Der Killer kommt nie zu mir. Okay, ich bin jetzt hier rausgegangen. Der versteckt sich ja der ganze Zeit, ja. Äh. Guck dich mal die Kiech-Animation an. Äh. Ich gebe dir so, äh. Oh oh. Ich muss hier unter dem Tisch verstecken. Oh, da sind wir über 1000 in den Schrank gegangen. Da ist hier das nah. Okay, mir hat er eben geholfen, dass er das ist. Ja. 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 Das war eine geile Nacht. Das war einfach so eine geile Nacht, Alter. Und wie ihr seht, ich bin schon Rang 16. Ich habe das früher immer gemacht. Warte. Hallo. Ja, okay. Trade. Werte gesetzt. Warte, welche Map wählen wir? Okay. Ich habe Ablehen gedrückt. Nein, sorry. Annehmen. Wann geht die Nacht endlich los? Wann geht die endlich los? Soße. Äh, ich finde die cool. Die ist cool. Obwohl, ja. Okay, ich glaube, wir haben uns irgendwie mit dem Zeit, oder? Please not me, please not me. Ja, ich bin die. Leute, das sind nicht für Kinder. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich mich verstecke hier. Wollen wir dann auch hide and seek spielen? Das war geil. Leute, Pro-Trick, wirklich. Da hat mich keiner mal gesehen. Hier. Keiner sieht die. Also falsch kann ich da nicht liegen. Ich bin nächstes Pro. Okay, dann müssen wir uns hier ein bisschen so verstecken. Und hier reinbringen. So, das sollte passen, oder? Ja. Seht euch mal die Brille hier an. Ha, die ist cool. Okay. So sicher ist es, glaube ich, auch nicht. He, 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 he. Leute, neuer Glitch. Man kann hier durchgucken. Okay, dann beobachte ich mal. Soll ich es mir kaufen? Nee. Eine Stunde. Nö. Einfach. Nein. Nein. Bis jetzt hat mich der Killer noch nicht gefunden. Ich glaube, er war nicht mal in meiner Nähe. Ich glaube, er hat nicht mal mein Bein gesehen. Ich glaube, das gehört zum MEP. Ich bin, natürlich, das bewegt sich der ganzen Zeit. Natürlich, das gehört zum MEP. Ja. Ich meine, die Schwertpartikel sind auch ein bisschen auffällig. Warte, da ist sie gebeten. Ach, mein Junge. Ich habe gar keinen Bock, irgendwie gekillt zu werden. Und es sind Ferien. Ja, es ist. Nee, es ist Samstag bei mir. Ich habe bis jetzt noch nicht den Killer getroffen. Ist er rausgejoint? Nee, das kann nicht sein. Da unten ist ja der Tod. Leute, damit würde ich auch das Video beenden. Wirklich, es kommt der Killer einfach nicht. Sorry. Bye.